Das ist eine Botschaft aus der Zukunft, aus dem Widerstand. Gesendet in die Vergangenheit, direkt zu euch. Viele Grammat-Neusiedler und Grammat-Neusiedlerinnen mussten ihr Leben lassen, um die Mini-DV herzustellen, die ihr jetzt seht. Also verschwendet dieses Wissen nicht. Reißt das Steuer herum, ändert die Zukunft. Die Rechten haben die Weltherrschaft an sich gerissen. Es ist unvorstellbar. Es ist die schlechteste aller möglichen Welten. Donald Trump ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Großbritannien ist aus der EU ausgetreten. Das ist, wie man der Mini-Bitlitzki aus der Hektik austritt und glaubt, er kann alleine was da reißen. Unglaublich! Und in Österreich Chaos. Sebastian Kurz ist Kanzler. Und ein mutmaßlicher Zahntechniker ist Witze. FPÖ-Politiker vermelden, dass sie in Nordafrika einmarschieren wollen. Und ein verrückter namens Kiekel ist Innenminister. Alle müssen immer überall rauchen. Und Kraftbier durch Freude. Die Grünen sind sexuell. Die Grünen sind nicht mehr im Parlament dafür. Der Peter Pilz mit seiner eigenen Partei. Der Stinge, der Koloniakiebel. Und was machen die Linken? Die sind im Internet. Die sind im Internet. Auf Snapchat und auf Twitter und auf Tinder. Auf Facebook sind sie auch Scheren-Kratzen-Bilder. Und die Miesig. Das ist doch kein Widerstand! Und die Nazis sind aber auch auf Facebook. Ja. Dabei ist der Gründer von Facebook ein Jude. Das ist das Zuckerbergsche Paradoxon. Und der Düringer? Der Düringer holt seinen Gutschen auch nicht! Ich sag euch jetzt was, ja? Ich brauche Hilfe! Von euch! Und jetzt geh auf die Donnerstagsdemo! Weil nutzt's nix! Schaut's nix! Hashtag Widerstand, Hashtag! Die Düringer Die Dürung Von euch! Der Düringer Düringer nach